Bistro Francais, mein Lieblingsrestaurant aller Zeiten. Als Bistro Francais 75 gegründet wurde, war es das erste Restaurant in Deutschland, das nach 22 Uhr vollständiges Abendessen und Wein bot. Mittagessen von 11 bis 16 Uhr mit kleinem Haustgericht, Suppen, Salaten und Sandwiches angeboten. Von 11 bis halb 14 Uhr boten sie ein preiswertes Menü an, das Vorspeiser eine Auswahl an Hauptgericht, Nachttisch und ein Glas Tafelwein enthielt. Abendessen war von 16 Uhr bis Mitternacht erhältlich. Zu den Spezialitäten gehören Hundchen mit Pommes frites, Laak mit Spinat, Lammsteak mit Kartoffeln und Gronenbohnen und Angussteak in Rotweinsauce mit Pommes frites. 16 bis 18 Uhr und 22 bis Mitternacht boten sie noch ein paar preiswertes Menüs sowie Mittagessen, Vorspeiser, Hauptgericht, Nachttisch und Wein zu einem Preis. Servieren sie gestern immer für mindestens eine Stunde nach dem Ende des täglichen Spiritosenverkaufs mit einem speziellen Spätabendlichen Kater von Mitternacht bis zum Schluss. Spezialitäten sind französische Zwiebelsuppe, Hundchen, Omelette und Eier-Benedigts. 91 nahm ich eine Position als Kellner ein. 93 bat mich der Besitzer oberen zu werden. Es gibt immer eine kleine Anzahl deutscher Reisegruppen, die in unserem Restaurant gegessen haben. Als ich meine Zeit als Kellner begann, dienten wir während der touristischen Sommersaison 30 Deutsche pro Woche. Bis Ende 99 dienten wir über 800 pro Woche. 16 bis fast 23 Uhr Montag bis Freitag sprach ich nur Deutsch. Echte Essen, günstige Preise, Atmosphäre, das sehr gemütlich ist. Lass unsere Gäste immer zurückkommen. Leider schloss das Bistro Francais 2016, endgültig nach 41 Jahren. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.